Sie liebt Veränderungen. Claudia Effenberg zeigt der Welt gerne, wie experimentierfreudig sie ist. Bei vergangenen Auftritten hat uns die 53-Jährige bereits stolz ihre erschlankte Figur gezeigt. Doch jetzt setzt die Dirndl-Designerin noch einen drauf. Im sexy Figur betonten Dirndl zeigt sich Claudia, gut gelaunt und selbstbewusst strahlend, bereit für das Münchner Oktoberfest. Doch es ist nicht nur ihre Figur, die uns ins Auge sticht. Auch Claudias Haare sind deutlich länger als sonst. Denn eigentlich kennt man Stefan Effenbergs Frau mit frechem Kurzhaarschnitt. Von dem hat sich Claudia allerdings schon in den letzten Monaten Stück für Stück verabschiedet und ihre Haare fleißig wachsen lassen. Und auf der Wiesn scheint sie nun ihren ganz großen Auftritt zu haben. Lange Haare und Mega-Figur. Auch Tochter Lucia ist begeistert vom neuen Look ihrer Mama. Ich muss sagen, ich finde die langen Haare echt richtig, richtig schön. Ich finde, es steht ihr super. Und hat sie auch echt lange nicht mehr gehabt. Sie hat ja ab und zu mal ein bisschen länger, kürzer. Aber im Moment finde ich es super schön, ja. Über diese Veränderung können wir wirklich nur staunen. Hut ab, liebe Claudia. Wir finden den neuen Look klasse. Wir finden den neuen Look klasse.